Koaku Sakai Fischfarm 61cm Sandseil Waldlicht auch der sehr gut das ist jetzt das Modell mit dem bulligen Kropf haben wir auch als Tossei gekauft hier ist der Fisch im Alter mit Sicherheit mit einem riesen Kopf der kann auch 80 cm erreichen bei dementsprechender Hälterung ist kein Problem gute Körperform sehr schönes Quengi sehr schönes Weiß